Unterfahren. So, ach, mein Bein ist eingeschlafen. So, ach, mein Bein ist eingeschlafen. So, ach, mein Bein ist eingeschlafen. Tja, hier ist noch ein Erste-Hilfe-Spray. So, jetzt gehe ich erst mal zur Kiste. So, ach, mein Bein ist eingeschlafen. So, ich habe ja noch ein Brett. Das kann ich ja auch einfach mal benutzen. So, das habe ich jetzt bewusst hierhin gemacht, denn wenn hier ein Safe-Room ist, müssen wir hier wohl öfter vorbei. So, hier ist irgendwo eine Blendgranate. Die andere Tür. So, ach, der Beeteil ist aber auch irgendwie anstrengender. Du lebst doch noch. Nein, na gut. Okay. Okay, den Code kennen wir nicht. Die Broschüre kennen wir schon. Jemand sehr, sehr verrücktes. Jemand sehr, sehr verrücktes. Das kann doch nicht alles Peak sein. Ist es aber. Okay. Okay. Gucken wir mal hier. Ich bin jetzt wieder ein bisschen wacher. Also, ich weiß wieder mal nicht, wie spät wir es haben. So, bis drei würde ich auf jeden Fall noch machen. Und dann bin ich da. Ich bin jetzt wieder ein bisschen wacher. Oh, das ist jetzt noch ein bisschen wacher. Oh Gott, nein. Nein, 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 lass dich in Ruhe. Oh Gott, nein, nein, lass dich in Ruhe. Ah, lecker. Und alles, was ich habe, ist so ein bimmeliger Revolver. Naja, dafür lief es eigentlich ganz gut. Oh Gott, nein, lass dich in Ruhe. Ich hätte trotzdem lieber so langsam den Granatwerfer. Bla bla bla, den kennen wir auch schon. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier gibt es aber noch irgendwas. Vielleicht machen wir auch bis halb vier. Hier. YOLO. Oh, hier ist aber noch viel. Das habe ich irgendwie übersehen. Ja, hier ist Kapp. Hahaha, wissen wir ja jetzt. Ich bin so trottelig. Okay. Okay. Jetzt haben wir hier 102, 103 geht ja nicht. 106, 109. 106, 109. 106, 109. 106, 109. 106, 109. Okay. Ja, Munition. Oh, scheiße, zu spät. Oh, scheiße. 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 Okay. Ich dachte schon, hier ist keine Kiste. Okay. Oh, scheiße. Ach, die möchte ich eigentlich lieber mitnehmen. Oh, scheiße. Das kennen wir, das kennen wir ja auch schon. Bla 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 Nein. Nein. Ich habe echt keine Munition für diese Waffen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Nein. Oh, jetzt habe ich ein neues Savegame gemacht. Das wollte ich gar nicht. Oh, hier. Wer ist das denn? Wo kommt der her? Wow. Oh nein. Der hat sich jetzt irgendwie ein bisschen lastiv bewegt, so als würde er mit mir flirten. Okay. Okay, der ist immer noch tot. Brandkarnaten. Brandkarnaten. Okay. 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 Hier ist noch was. Okay. 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 Jetzt schon wieder voll, ne? Ich kann vor allem die Granaten wegtun, weil noch kann ich die nicht benutzen. So. Hier ist doch auch noch was. Ach guckt mal, jetzt ist der Flur auch blau. Also, ne, abgesucht. Das ist doch gut. Nicht vergessen, ihr Lieben, wir machen das hier, um Spenden zu sammeln für Special Effect. Mehr dazu auf justgiving.com. Slash Niasu 2019. Link dazu findet ihr auch ganz unten hier am Video. Jeder Euro zählt. Dem fehlt ein Bein, deswegen hoffe ich, dass der zu vernachlässigen ist. Genau, geht mir Zeug, was ich schon habe, dann stapelt sich das. Ah, die lassen wir mal eben liegen. Leons Mitteilung. Claire, ich hoffe, du findest das. Hier drin wimmelt es von Monstern und dein Bruder ist nicht hier. Verschwinde einfach so schnell du kannst von hier. Ich hoffe wirklich, dass es dir gut geht. Hier wimmelt es von Monstern. Wenn du bis hier hingekommen bist, hast du das bestimmt noch nicht gemerkt. Ach ja. Internes Memo, da ist er. Woa. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss mal eben tonlauter machen. Oh nein. Da kommt er. Oh. 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 Der sucht mich doch. Der sucht mich doch. Und es ist ganz schrecklich. Hört ihr das auch? Ich traue mich nicht hier raus. Ich traue mich nicht hier raus. Oh, wie er immer rumtrampelt. Schrecklich. 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 Ja, ja. Oh ja. Ich komme aus dieser blöden Bibliothek gar nicht raus. Ich komme aus dieser blöden Bibliothek. 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 Ich habe mich seit einem Blöden Bibliothek. Ich werde ganz bekloppt, weil ich nicht weiß, welche Schritte ich mache und welche er. Ich werde ganz bekloppt, weil ich nicht weiß, welche Schritte ich mache. Ich werde ganz bekloppt. Ich werde ganz bekloppt. Ich werde ganz bekloppt. Ich bin wieder da, musste mal eben die Tür zumachen. Es ist für Sie schon sehr spät oder auch sehr früh, je nachdem. Und man muss ja nicht unnötig andere Leute wach machen. Habe ich gespeichert, Jana? Ich speichere doch mal. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss gucken, von wo er kommt. Okay. Nee, da wollte ich gar nicht rein. Da, 9,15,7. Ah, das Beste, was mir hier passieren kann. Blablabla, das kennen wir alles schon. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, eins ist irgendwie nett, oder? Das weiß ich noch. Was das andere war? Das klingt doch gut. Ah, das war für die andere Waffe. Für die, für die ich keine Munition habe. Oh, hallo. Ah, jetzt kann ich da oben lang. Super. Oh Gott, damit kriege ich den Granatwerfer. Blah, blah, blah. Oh Gott. Ja, hier finden wir die Kurbel. Tschüss. Ach, seien wir mal ehrlich, wir haben schlimmere Verfolger als den. Oh. 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 Oh, oh. Okay, hier nicht? Na gut. Ja, ich rede gerade ziemlich wenig, aber es ist halt einfach super spät. Und... Okay. 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 Ich habe gar keine Munition dafür. Okay. 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 So, ihr Lieben. Ähm... Okay. Okay. Die kriegt ihr schon noch. Versprochen. Okay. 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 Okay.